Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Dankeschön Video. Ich möchte dieses Video nutzen, um ganz kurz Danke zu sagen und zwar seht ihr es, ich habe 100 Abonnenten erreicht. Vielen Dank für das, vielen Dank für den ganzen Support, den ihr liefert, auch immer wieder Kommentare schreiben und so. Ich hoffe, dass es in Zukunft weiter so geht, weil in letzter Zeit ging es echt ab, also habe ich viele Views gemacht und auch viele, wie sagen wir, den Watchtime und wie gesagt auch Abos pro Tag. Ich hoffe, dass das so bleibt, empfiehlt mich weiter und supportet mich, fände ich ganz cool. Ich will noch irgendwas anderes Specialiges bringen als 100 Abos Special, weiß aber noch nicht so genau was. Also wenn ihr da vielleicht auch Vorschläge oder Wünsche habt, schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare und dann kann ich da mal gucken, was sich da machen lässt. Auf jeden Fall, vielen Dank Leute und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, tschüssi.